also hier verläuft man sich sehr schnell habe ich das Gefühl sehr schnell wir sammeln hier mal alles ein warum gibt's hier nicht blau, warum? und da gehen wir hoch wo müssen wir denn müssen wir überspringen es tut mir leid, Leute, ein Techniker ist schon auf dir die werden mich schon an meinem ersten Tag feuern das Gleis für die Gyrosphären ist kaputt und niemand repariert es hätte ich doch bloß Rasenmähen als Ferienjob angenommen aha ihr habt es geschafft die werden mich doch nicht feuern zumindest nicht hierfür aber ich schulde euch was alles klar, Leute das Fahrgeschäft wurde wieder eröffnet das wurde aber auch Zeit ähm, K das ist die Frage gute Neuigkeiten, Emma sollte nicht mehr lange dauern du wirst nicht nochmal Angst kriegen, oder? ähm okay ja können wir ansteigen jawohl genießt die Fahrt und ja, bloß nicht den Tieren hinterher ja, find ich auch gehen wir da weiter boah, äh, ich find's geil hey, ich bin's es gibt auch noch Druckplatten die eure Gyrosphäre in die Luft schleudern wenn ihr darauf fahrt wie erwähnt das ist ein Geheimnis also sagt niemandem dass ihr es von mir wisst Sekunde überwachen die eigentlich den Funk? das tun wir, Marty äh, äh no hablo espanol das müssen wir da machen, verdammt oh was müssen wir da machen? wegen so viel Druck können wir eigentlich aussteigen ah ja, wir können auch da war ich, ob die tun uns nix ah, ich glaube ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen nein, wir können hier nichts machen die alle hier im sterben oder was weiß ich nein, ja, stärken wir da an ich glaube, wir müssen tatsächlich hier ja, voll ja, voll ja, der funktioniert da zack zack und jetzt? oder wie sieht es aus? yeah ich finde schön Jetzt sieht es weniger schön aus. Und ich ahne, was kommt. Davon müssen wir denn. Ach, dann müssen wir wieder umdrehen, okay. Ah, okay, okay, okay. Mit MrDNS macht Lernen wirklich Spaß. Alter! Aufs Gelände! Sie sagten, wir sollen zurückkehren. Siehst du? Bitteschön. In nächster Nähe zu vier... ...Dinosaurussen. Ankylosaurus. Wir sollten gar nicht hier sein. Und da sind fünf Saurier. ...und da sind fünf Saurier. Ich glaub nicht, dass wir hier langfahren dürfen, Zack. Dann dampf dich ja schon wieder. Hast du das gesehen? Holt Hilfe! Dann kommst du schnitzen und holt Hilfe! Nein! Ich muss mich aufs Hahn konzentrieren! Wo ist er hin? Ich bin hinter euch. Hol doch. Ist der weg? Nein! Nein! Halt auf die Bremse! Alles okay? Ich komm hier nicht mehr raus! Wir sollten dem Onkylosaurus helfen! Vielleicht besiegt er den anderen! Du bist der Dino-Experte! Ja! Ich bin oben, der Dino-Experte! Ich weiß, was zu tun ist. Zack, komm in der Gyrosphäre da rauf! Fahr weiter! Hey, es funktioniert! Yeah! Komm schon, fertig! Ich solle dich nicht mehr, aber ich glaube, was zu spielen. Ich habe dich nicht mehr um, wenn du sie bist im Haus. Jetzt ist es ein Schmerz. Und es fällt mir zurück! Das ist mir sicher, wir müssen auch was. Deswegen sind wir hier nicht mehr verfolgen. Okay. Pass auf den Daumen auf! Ich glaube, dein Plan geht auf. Was können wir sonst noch tun? Keine Angst, ich weiß was. Sei vorsichtig, Grey. Wieder was gelernt. Geschafft! Geschafft! Das war's für heute. Mit der Kyrosphäre komm ich nie über diesen Baum. Ich baue dir eine Rampe. Danke. Ich muss ihm nochmal helfen. Pass bloß auf dich auf. Pass bloß auf dich auf. Pass bloß auf dich auf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.